Den werfen wir in der Hand rückwärts, die Reihenfolge, von dem du es bekommen hast. Du spielst den Ball in Reihenfolge 1 und das Ding werfen wir jetzt rückwärts. Auf geht's. Mit selben Namen sagen. Auf die Station. Der Stutzen geht rückwärts. Der Stutzen geht rückwärts. Okay, alles wieder bei dir. So, weiter. Genau das selbe Spiel. Jetzt kommen zwei dazu. Jetzt kommt ein Ball am Fuß dazu und der Apfel. Auf den Apfel richtig gut aufpassen. Werft den sauber. Selbe, selbe, selbe. Ey, das kann man doch nicht filmen, Mann. Ey, wer den Apfel fallen lässt, muss ihn essen. So, ja, und richtig werfen, komm. So, geht kommunizativ laut. Jetzt sind Zweiter im Spiel auf. Und ein Apfel extra. So, Enten, hebe laut, out. Ja, Enten, 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 Enten. Let's geht es! Yay! Fuck! Ja, das war er! Ja, das war er! Halt die Vorweg! Halt die Dritte! Ich dachte, danke! Statt maten nicht! Hust ihr uns an! Schwing mai più some thematelare! E gültratare! G overloadi! H ப one! Non il si ninguno! Nonève tanto! Adakah intavana? Eine Minute, acht Minuten, dritter Ball, aufmerksam. Ab jetzt geht's los, das wird unser Turnier sein, ich denke wir sind gut in Form, wir spielen guten Futsal. Die Bälle in die Tore, beide Keeper rein.